Ein Zimmer für sich allein Ein Zimmer für sich allein oder ein eigenes Zimmer. Im Original, A Room of One Zone, ist ein 1929 erschienener Essay der britischen Schriftstellerin Virginia Woolf. 1882 1941 Der bereits zu ihren Lebzeiten große Anerkennung erhielt und heute zu den meistrezipierten Texten der Frauenbewegung gehört. Der Aufsatz vereint Thesen zum Feminismus und zur Geschlechterdifferenz mit solchen zur Literaturgeschichte und zur Poetik. In deutscher Übersetzung wurde er unter dem Titel Ein Zimmer für sich allein erstmals im Jahr 1978. Übersetzt von Renate Gerhardt, veröffentlicht. 2001 erschien Ein eigenes Zimmer in der Übersetzung von Heidi Zanning. Und 2012 kam Ein Zimmer für sich allein, ins deutsche Übertragen von Axel Monte, heraus. Entstehung, Form und Wirkung Die Autorin Virginia Woolf entstammte einer wohlhabenden intellektuellen Familie, die zahlreiche Kontakte zu Literaten hatte. Als Jugendliche erlebte sie die viktorianischen Beschränkungen für Mädchen und Frauen. Doch als sie ihren Essay Room of One Zone verfasste, Gehörte sie bereits als Frau zu den anerkanntesten Kulturschaffenden ihres Sprachraums und spielte eine zentrale Rolle in der Bloomsbury Group. Der Text des Essays basiert auf zwei Vorträgen, die wohl im Oktober 1928 am Garton College und am Newham College zwei Institutionen der renommierten Universität Cambridge gehalten hat. Diese Colleges waren die ersten in England, die 1869 und 1871 ausschließlich für das Studium von Frauen gegründet worden waren, wobei sich die männlichen Professoren des Haupthauses in Cambridge zu den Vorlesungen an den Standort der Ladies begaben. Inhalt Die Druckfassung ist in sechs Kapitel gegliedert. Die folgende Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte und Thesen folgt nicht dieser Einteilung, sondern ist thematisch geordnet. Wulff setzt an den Anfang ihrer Betrachtung eine fiktive literarisch hochbegabte Person. Die Schwester William Shakespeare's und beschreibt, welchen Hindernissen diese ausgesetzt worden wäre. Allein aufgrund der Tatsache, dass Frauen in der Geschichte kulturell sozial und ökonomisch benachteiligt waren. Das eigene Zimmer Der Essay bezieht sich explizit auf die genannten gesellschaftlichen Gegebenheiten. Zwei Bedingungen mussten für Wulff infolgedessen erfüllt sein. Damit auch Frauen große Literatur produzieren konnten, 500 Pfund, im Jahr und ein eigenes Zimmer. 500 Pfund waren keine sehr stattliche Summe. Aber sie genügte, um das Auskommen zu gewährleisten. Materielle Sicherheit ist die zentrale Forderung des Essays. Denn sie bedeutete Unabhängigkeit von Ehemännern oder Almosen. Dieser Anspruch war Wulff sehr wichtig. Er zieht sich durch ihr Leben wie durch ihr schriftstellerisches Werk. Den Luxus eines eigenen Zimmers genoss Virginia Wulff selbst seit 1904, als ihre Familie nach dem Tod ihres Vaters in ein Haus nach Bloomsbury zog. Ihr selbst verdientes Einkommen hatte erst im Jahr 1926 die Grenze von 500 Pfund überstiegen. Neben materieller Sicherheit war für Wulff ein eigener Raum für schöpferische Arbeit unerlässlich, denn Frauen ist bis spät ins 19. Jahrhundert fast keine Privatsphäre zugedacht worden aufgrund ihres Aufgabenbereichs im Haus. Wenigen sei es vergönnt gewesen, täglich einige Stunden ungestört Zeit zu verbringen, um zu schreiben. Das Haus galt über Jahrtausende, so beispielsweise in der griechischen Antike, Oikios. Als der Raum der Frau, während die Welt außerhalb den Männern gehörte. Doch selbst in diesem Raum, in dem die Frau über Einfluss verfügte. Denn sie oft nur mit Erlaubnis und in Begleitung verließ. Habe sie keinen Anspruch auf ein eigenes Zimmer gehabt. Das eigene Zimmer ist einerseits eine Metapher für die Privatsphäre, es ist aber auch ein konkreter Ort. Frauen haben seit Millionen Jahren in geschlossenen Räumen gesessen. Sodass inzwischen sogar die Wände durchdrungen sind von ihrer Schaffenskraft. Die Zimmer der Frauen können und müssen daher Gegenstand der Literatur werden. Wenn Wulff von den Gemächern und Höhlen spricht, die die Fackel der Literatur ausleuchten müsse. So umfasst dies auch die Seele, die Gänze des Lebens, die zahllosen alltäglichen Erfahrungen. Träume, Gedanken, Augenblicke, die ohne die Möglichkeit des Schreibens für immer verloren gingen. Die Metapher des eigenen Zimmers hat mehrere Dimensionen, die Wulff im Text ausformuliert oder andeutet. Ein eigener Raum innerhalb des Hauses im Sinne von Privatbesitz. Materielle Unabhängigkeit Persönliche Privatsphäre Geistige Unabhängigkeit Nur die androgyne Seele mit männlichen und weiblichen Anteilen ermöglicht literarisches Genie. Ein eigener diskursiver Raum in der Geschichte. Das Recht auf einen Anteil am Feld der Kulturproduktion. Die zwei Colleges Wulff beginnt ihren Text mit einem fiktiven Spaziergang über den Campus von Oxbridge. Oxbridge ist ein Kofferwort für die exklusiven Universitäten von Oxford und Cambridge. Die weibliche Figur wird daran gehindert, über den Rasen zu gehen. Und sie erhält keinen Zugang zur Bibliothek. Damit sind bereits die ersten Institutionen angesprochen. Zu denen Frauen keinen Zutritt bekamen, die Wissenschaft und die Welt der Bücher. In dieser Universität herrscht angeblich Der Geist, aller Berührungen mit der Wirklichkeit enthoben, es sei denn, man betrat wieder den Rasen. Doch durch die Zugangsbeschränkungen erweist sich auch dieser Zufluchtsort des Geistes den herrschenden sozialen Reglementierungen unterworfen. Danach wird sie zu einer Tischgesellschaft eingeladen, das üppige Mal demonstriert, dass die männlich dominierte Universität auf goldenen Fundamenten steht. Das zweite Essen findet in dem fiktiven Frauen-College Fernheim statt. Hier löffelt man dünne Suppe von einfachen Tellern. Dabei beklagt die Erzählerin die schändliche Armut unseres Geschlechts. Die durch Spenden finanzierten Frauen-Colleges konnten nicht auf Generationen reicher Gönnerinnen zurückblicken wie ihre traditionellen männlichen Pendance. Dass insbesondere die Ausbildung junger Frauen Virginia Woolf am Herzen lag, sprechen die Szenen in den zwei Colleges unmittelbar die Situation der Zuhörerinnen bzw. Leserinnen an. Als weibliche Normalität einer unverheirateten Frau kannten diese eher schlecht bezahlte Tätigkeiten, in der Kindererziehung, der Pflege oder in journalistischen Gelegenheitsarbeiten. Weibliche Literaturgeschichte Der Unterschied zwischen den Geschlechtern wird hauptsächlich materiell gefasst. Aber Woolf beschreibt auch einen Unterschied in der Tradition. Jeder männliche Schriftsteller konnte auf eine lange Reihe von Vorbildern zurückblicken. Frauen dagegen nicht. Die Erzählerin denkt an die Sicherheit und den Wohlstand des einen Geschlechts und an die Armut und die Unsicherheit des anderen und an die Wirkung der Tradition oder des Mangels an Tradition auf den Geist eines Schriftstellers oder einer Schriftstellerin. Sie erfindet eine Schwester von William Shakespeare, die ebenso talentierte Judith Shakespeare, und zeigt, wie es einer schriftstellerisch begabten Frau im 16. Jahrhundert ergangen wäre. Sie wird verspottet, am Theater abgewiesen, schließlich geschwängert und nimmt sich aus Verzweiflung das Leben. Der tragische fiktive Lebenslauf steht stellvertretend für viele Autorinnen der Literaturgeschichte vor 1900. In ihrem Esser fordert Woolf die Erforschung der weiblichen Literaturgeschichte. Sie selbst war bereits seit 1904 als Literaturkritikerin in The Times Literary Supplement hervorgetreten. In ein eigenes Zimmer zählt sie eine Reihe von Autorinnen auf und würdigt Margaret Cavendish, Doris O'Brien, Afra Behn, Emily Bronte, Christina Rossetti, Jane Austen und ihre Zeitgenossin Marie Stoppers, die unter dem Pseudonym Mary Carmichael schrieb. Jedoch merke man ihnen allen. Mit Ausnahme von Jane Austen. Die Unterdrückung, den Zwang zur Anpassung und den Zorn an, der ihre Texte verzerre. Dieses Urteil wird von der Hauptströmung der feministischen Literaturwissenschaft nicht geteilt. Woolf zufolge muss herausragende Literatur frei von Parteilichkeit sein. Nur durch materielle Besserung der Situation von Frauen können auch sie zur poetischen Weißglot des schöpferischen Geistes gelangen. Politische Kunst kann dem laut Woolf nicht genügen, heißt es in der von Hans Ulrich Seber 1991 herausgegebenen englischen Literaturgeschichte, denn sie verwechsle Propaganda mit der künstlerischen Deutung der Totalität des Lebens. Woolf stellt darüber hinaus Anforderungen an das zeitgenössische weibliche Schreiben. Jahrzehnte vor der Theorie der Eccriture Femine. Frauen sollen schreiben, wie Frauen schreiben, nicht, wie Männer schreiben. Nämlich aus der Perspektive der Frau, die weibliche Welterfahrung poetisch darstellen. Gegenstand dieser Literatur sollen Frauen sein, ihre Erfahrungen und Reflexionen, keine Frauenfigurin, die nur dazu da sind, Männer in Eifersuchtskämpfe zu treiben. Die Literatur brauche vielmehr Schilderungen von Frauen, wie sie wirklich sind, ihre alltäglichen Handlungen, Gedanken, Beziehungen untereinander und zu Männern. Man müsse Die Anhäufung nie beschriebenen Lebens Zum Material der Literatur machen Eine Fackel anzünden In jenem weitläufigen Gemach, in dem noch niemand gewesen ist. Woolf versuchte, mit den zahlreichen Frauenfiguren ihrer Romane diesen Anspruch zu erfüllen. Das weitläufige Gemach des weiblichen Lebensraums Das oben bereits angesprochen wurde, war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich literarisch fast Unentdecktes Land, abgesehen von den großen Romanen der Osten und Brontes oder etwa Theodor Fontanes Frauengestalten Effibrist, Frau Jenny Treipel und andere Gerade der Forderung nach einer Erforschung des Anteils von Frauen an der Literaturgeschichte wurde durch die feministische Literaturwissenschaft seither Rechnung getragen. Mehr und mehr Autorinnen werden wiederentdeckt Lexika und Biografien erschließen den weiblichen Anteil an der Literaturgeschichte Der bis zu Woolf's Zeiten zum großen Teil in Vergessenheit geraten war Woolf selbst wurde und wird allgemein als große Schriftstellerin der Moderne gewürdigt und häufig mit Marcel Proust und James Joyce verglichen Anerkennung fand auch die Forderung nach der Wiederentdeckung literarischer Tradition durch SchriftstellerInnen Die Schwesternschaft oder die Ahnengalerie der Literarischen Mütter sollte die der Väter Endlich ersetzen bzw. vervollständigen können Die Figur der Judith Shakespeare hat in der Frauenliteratur ebenfalls ein Eigenleben entwickelt. Es ist möglich, dass Woolf den Unterhaltungsroman Judith Shakespeare 2 BDE, Leipzig, Tauchnitz 1884, von William Black, 1841 bis 1898, wenigstens dem Titel nach kannte. Gewöhnlich wird diese Figur jedoch aus Woolf's biografischer Situation gedeutet, denn Shakespeare war für jeden englischsprachigen Schriftsteller dieser Zeit und deutlich auch für sie, die größte Vaterfigur der Literatur. Das Patriarchat Frauen sind immer nur Gegenstand der Literatur, stellt die Sprecherin fest. Ist ihnen bewusst, dass sie vielleicht das am häufigsten abgehandelte Tier des Universums sind? Die British Library, gewissermaßen das nationale Gedächtnis Großbritanniens, sei voll von Schriften, die über Frauen verfasst wurden. Von Autoren, die Frauen offen oder insgeheim hassen. Die Erzählerin stellt sich einen Autor vor, der unter einem Gefühl litt, das ihn dazu trieb, mit seiner Feder auf das Papier einzustechen, als tötete er beim Schreiben ein schädliches Insekt. Das Patriarchat ist allgegenwärtig, die Welt voll zorniger Männer, die die Frau nur als Spiegel brauchen. Als Spiegel mit der magischen und erhebenden Kraft, die Gestalt des Mannes in doppelter Größe wiederzugeben. Dabei plagt sie eigentlich Angst vor dem Verlust des eigenen aufgeblittenen Selbstwertgefühls. Wenn die Frauen sich emanzipieren, geht den Männern der Spiegel verloren. Die Narzissmus Dies ist der Psychoanalyse geschuldet, sie fand in der Frauenbewegung und in der psychoanalytischen Literaturwissenschaft später viel Anklang und wurde in ähnlicher Form oft wiederholt, jedoch auch scharf kritisiert. Die Androgynität stieß Ein vollkommener Autor, erläutert Wulff im sechsten und letzten Abschnitt des Essays. Müße androgyn sein, das heißt Er müsse im Geiste eine natürliche Verschmelzung seiner männlichen und weiblichen Seite erreichen. Es sei Als ob es im Geist zwei Geschlechter gibt, die den zwei Geschlechtern im Körper entsprechen. Und ob auch sie vereinigt werden müssen, um vollkommene Befriedigung und Glückseligkeit zu erlangen. Rein männliche Schreibweisen seien langweilig und tot, die großen Schriftsteller, angefangen bei Shakespeare, seien alle androgyn gewesen. Sexualität In ein eigenes Zimmer finden sich, wie in vielen Romanen Virginia Woolfs Anspielungen auf die lesbische Liebe Zur damaligen Zeit fanden in Großbritannien Gerichtsprozesse wegen homosexueller Szenen in der zeitgenössischen Literaturstadt Der Prozess gegen Redly Fall Autorin des lesbisch gefärbten Romans The Well of Loneliness, spielte sich in Woolfs unmittelbarem Umfeld ab. Virginia Woolf schätzte Sigmund Freud sehr und verlegte seine Schriften in englischer Übersetzung im eigenen Verlag, der Hogas Press. Es verwundert also nicht, dass sie in ein eigenes Zimmer einige freudsche Bilder verwendet. Bei der Lunchszene zu Beginn erblicken die Gäste plötzlich eine schwanzlose Manx-Katze. Am Schluss der Mahlzeit wendet sich das Gespräch wieder der Katze zu, wobei beiläufig festgestellt wird. Es ist merkwürdig, welchen Unterschied ein Schwanz ausmacht. Dieses Symbol wurde oft als Ausdruck von Penisneid und Minderwertigkeitskomplexen verstanden. In der neueren Kritik hat man das Bild jedoch anders gedeutet, demnach weist es auf den Unterschied an Macht und finanziellen Mitteln hin, der an das Geschlecht geknüpft ist. Etwas später im Text ist von einer Dichterin die Rede. Deren blühendes Talent von ihrer, patriarchalischen, Umgebung zerdrückt wird. Als hätte eine Riesengurke sich über alle Rosen und Nelken im Garten ausgebreitet und sie erstickt. Ende des Themas. Vielen Dank. Vielen Dank.